Yo Leute, kurze Stream Ankündigung, ich werde heute Abend ein bisschen streamen, allerdings zur Abwechslung mal wieder nicht Evolve, der ein oder andere wird sich freuen, der ein oder andere wird traurig sein. Ich werde heute ein bisschen Hitman spielen, wenn alles klappt, ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal vorausgeladen, ich hoffe, dass es dann heute Abend direkt losgehen kann, ich bin erst um 17 Uhr mit der Arbeit fertig, das bedeutet um 18 Uhr soll der Stream dann beginnen, ich hoffe, dass das dann alles schon geklappt hat und alles runtergeladen hat. Ich meine, das Spiel soll nämlich auch um 17 Uhr freigeschaltet werden auf Steam, also wenn alles klappt, heute Abend 18 Uhr ein Hitman-Stream, ansonsten werde ich mir irgendwie schnell was anderes überlegen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut, den Link gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung und ja, dann sage ich einfach mal, wir sehen uns heute Abend, wir sehen uns in-game, wir sehen uns auf Twitch, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis später, haut rein, ciao, ciao.